Wow! Das ist super. Machst du ruhig schwer voll zu tun? Der Schwein ist schön, Max. Sieht aus wie du in real life. Das ist das Viech hier. So, was brauchen wir? Leute, ihr brauchen eigentlich alles. Eigentlich alles, ja. Das heißt, wir müssen jetzt Erze holen. Warum braucht man Matt mittlerweile? Nee, Erze hab ich noch. Was habt ihr mit meiner Tür gemacht? Johannes. Hätt gern meine Tür zurück. Äh. Also, da müsste aber das Ding umplatziert werden. Ja. Ja, wieso? Ich will einfach nur die Tür haben. Ja, wir brauchen so ein Zürich. Echt, mein Max. Gib ihm einfach die Tür wieder. Warte, okay. Leute, was habt ihr an Erzten? Ich habe 23 Eisen, 10 Copper, 5 Silber. Okay, wir müssen echt was haben. Ich hab 27 Eisen, 53 Kohle, 21 Silber. Ich hab 12 Eisen, 52 Core Fragments, 15 Silber, Sackknochen, 3 Diamanten, 4 Gold. Und 4 Gold. 1 Wo hast du die her? Ich geh da, ich hol den Ex. Irgendwo. Er sieht, ich bake einfach so alles raus, so. Nee, bye, grab a great time. Bye, have great time. Das ist ja irgendwie, ey, lass es. Komm erst gar nicht auf die Idee. Hat mich schon auf die Idee gebracht. Wir haben eigentlich echt genug, ne? Wir brauchen noch Schlamm. Ja, für eine Rüstung reicht... Für vier Rüstungen reicht das aber nicht. Äh, hier ist, hier ist Schlamm. Da, Schlamm. Ah, okay, perfekt. I will tell me, baby. Wir müssen noch rechts werfen, weil links stehen alle. Okay, so, was? Ist in der Kiste. Ach so. Äh, ist es clay. Also wir brauchen Erze. Viel Erze. Das bedeutet, wir geben uns jetzt einfach... Geben jetzt einfach mal ein bisschen mein noch mal. Und dann... Pow! Guck mal. Guck mal. Immer noch nach links Level. Wir sind immer nach rechts gegangen. Ja, aber Max war schon links. Links ist tot. Wir müssen eh nach unten, also von daher. Ja. Alle, die Zug... Komm Max, schnell. Bevor du falsch halten willst. Irgendwenn eine Flare, bitte sag mir... Irgendwenn eine Flare. Oh Gott. Oh Gott. Oh Gott. Alter. Kohle 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 Kohle. Leute, wer gräbt denn hier noch runter? Egil. Wenn ich und wir oben sind und wir können uns sofort in den Ofen drasten. Oh ja, hier ist gut, Matt. Nur mal ein Matt mit. Ja, ja. Matt, Matt, Matt. Warum braucht man einen Schlamm für den Ofen? Was macht denn keinen Sinn? Keine Ahnung, was? Keine Ahnung. Vielleicht ist das irgendwie so als Bindemittel, dass sich dieses Teil zusammenhört? Okay, gehen wir weiter um. Das ist, äh, Lehmziegel. Lehmziegel wird aus Clay gemacht, nicht aus Matt. Lehmziegel wird aus Clay gemacht und nicht, äh, aus Matt. Matt ist Schlamm und Clay ist Lehm. Leute. Okay. Lehm machst du aus Clay und nicht aus, ähm, Matt. Lehm machst du aus Clay? Lehm machst du aus Lehm? Ja, Lehmziegel machst du aus Clay. Ähm. Ja. Ja, da ist Kupferhaar, Leute. Da ist Kupferhaar. Und da ist Geld. Okay. Okay. Da geht's runter. Das weißen. Wer hat den zweiten tot? Achso, ich. Ne, wer hat den dritten tot? Guck mal, Pokémon. Guck mal, Pokémon. Das ist Gold. Was ist das? Wo gehst du bitte runter? Ich mitzunehmen. Das ist selber. Ja, ist das ja. Ähm. Du hast auch elf Fackeln. Du hast keine Fackeln? Ich hab elf Fackeln. Ohhhhh. Ohhhhh. Ahhhh. Blutkopf. Stein tot, stirb. Ich stirb. Ich fasse Stein tot. Warum habt ihr das selber nicht mitgenommen? Ähm, weil Bagley und ich vorgehen wollten für... Oh, ich hab's selber bekommen. Ach, ich hab's selber bekommen. Den Workful ist. Stimmt das jetzt eigentlich, dass die Sache auch nachwachsen, wenn man sie nicht ganz oben abhaut? Ja. Ich glaub's. Weiß ich gar nicht. Welche hast du da offiziell angeben? Das ist klar. Daraus können wir Leben machen. Daraus können wir Lebenziegel machen. Es ist wissenschaftlich bewiesen, dass diese Dinger wachsen. Und auch nachwachsen. Es ist affenschaftlich bewiesen. Wissenschaftlich. Wissenaffentlich. Weißt du was, Rookie? Ich reich das Schloss bei uns ab und baue es hier hin. Das würde ich da kommen, weil auf dem Projekt müsst ihr nicht leben. Damit kann er nicht leben. Denn du musst es nicht. Oh. Ähm. Ox. Sehr intelligent. Wollte ich nur so sagen. Kann ich heißen? Ja. Okay. Du hast es bekommen. Jetzt muss ich... Wer baut denn das hier so doof zu? Los. Hier hast du den Bagel. Hast du drin? Ähm. Oh. Mein Lieblingsverfahren. Oh, Knochen. Ich hoffe, es sind noch mehr Knochen. Mal hoffen, dass wir diesmal keine Rarität an Knochen haben. Ach. Ach. Okay. Also. Ähm. Nächstes Punkt vor. Das ist einfach eine Verschwendung, aber okay. Aua. Oh Gott, was ist das? Da oben ist eine Küste. Jumping. Ach. Da ist eine Küste. Okay. Scheiße. Scheiß halten. Wenig. Ok. los. ทำ ja das. going. Was ist das? Eddie schmerzt. Der ist schon auf einen langen Fall vorbereitet. تم. Gott widerstieg. Das ist ein Pakt. Aber dieses Stein, die eröffnen mich. Was? Warte. Geh mal zu mir, rennt. Der Loot ist doch... Vorhochke ist doch Loot Das ist sein Pakt. Andersrum, andersrum. Es tut kein Loot mehr. Das ist aber nicht andersrum. Und dieses Image, das ich mir vorstelle, sich dann mit einem Zeichen und einem Thumbnail ist einfach das Effekt dazu. Ui, hier drüben ist ganz viel Koffer. Ui, hier ist ordentlich viel Eisen. Okay, nimmst du das verlinkt? Okay. Okay. Kleiner Ressourcencheck. Was haben wir alles? Wie viel? Ähm... 29 Kupfer, 12 Eisen, 10 Kupfer, 32 Kohle, 7 Eisen. 32 Kohle, 21 Silber, 28 Kupfer, 1 Eisen. 22 Kupfer, 10 Eisen. Okay, du liegst falsch. Komm her. 2... 2 Eisen. Sorry for lying. Ich lieg zwar noch falsch an. Ich hab keine einzige Kohle bekommen. Soll ich es doch richtig? This is how you mine. Draft. Oh, schaut mal. Hier ist viel... Leute, schnell. Schallfaden. Der Faden aus Schall. Der Schallfaden. Äh, jetzt. Gehen wir rein. Wer hat das gemacht? Wer hat das gemacht? Oh, Mann. Oh mein Gott. Max, soll ich dir Keilung geben? Oh mein Gott, Pixel, 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 Alter. Oh, Alter. Hier ist Pixelreich, du ein Alter. Oh, hier auch. Alter. Ich hab grad so eine... Oh, 104 Pixelprogramm. Max, hast du einen? Ja. Ach, du hast ein Zelt bei dir, ne? Wer hat die... Wer... Dumm, 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 dumm. Ah, ich bin heute so müde irgendwie. Ne, du schläfst doch grad. Du kannst doch grad nicht müde sein. Ach so. Außerdem bist du ein Roboter. Roboter schlafen? Kenn kein Schlafen. Ich muss nachladen. Also nicht nur, nicht nur... Ach so, ja, Lucy's... Äh, nein. Max, das Ladeschatzmann. Oh ja, die sind eigentlich auch... Ne, so aus. Das war ein Pilzbiom. Ist ja geil. Wie sollte, wenn ihr die Pilze seht, der interagiert, dann kriegt ihr da Pilze raus. Dann kriegt ihr auch, ähm, dann drei Kraftlinge auf einmal. Wollte ich nur so sagen. Also was brauchen wir denn eigentlich... Mitbenutzen? Oder... Äh, ja, ich würd gerne. Äh, was brauchen wir eigentlich am meisten an Ressourcen? Hier hast du Kupfer, Eisen, Gold, Silber... Wie war davon aus Eisen? Eisen. Können eigentlich auch Tankschen gebrauchen für die nächste Rüstung, aber... Also da oben ist Silber. Und Feuer. Nein. Die Fackel. Okay, die Fackel. Ja, ich seh's grad. Wow, ich hab's halt echt genau zur rechten Zeit platziert, ne? Als er, wenn Gucki das sehen würde. Ja, ein bisschen super mal, ich weißte. Max, Max, magst du wieder runterfallen? Nein. Und allen beweisen, und allen beweisen, wie tief du fallen kannst. Nee, es ist noch nicht das Ende der Episode, wo es Zeit ist zu laufen. Stimmt. Morgen. Oh, oh, Hucki. Links. Links. Du musst das Bagel wegschnappen. Max, komm. Max. Was, 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 was? Alter. Alter. Not on my watch. Die Ressourcenklingel. Die Ressourcenklingel. Die Ressourcenklingel. Vor allem, da wir eh alles hinten am Ende zusammenschmeißen. Das ist so egal, es ist eine Rivalität. Wir brauchen, wir brauchen Quoten. Wir brauchen Quoten. Eigentlich Quoten fritzen. Auch brauchen wir. Crafting. Torch. Wie viel Torch soll ich craften? 5 x 80. Denk dran, das sind immer 2, glaub ich. Ja. 4, 4, 4. Deswegen hab ich 10, 20 gecraftet. Ich hab damals, ähm, teilweise ein bisschen zu viel gecraftet. Genügend? Nein, nicht genügend. Fast. Aber... Äh, okay, nein, wir gehen hier falsch. Gehen wir hier. Was? Ja, ich bin hier voll... Ich bin hier voll im Fokus, ne, weil ich hier voll beim Aufnehmer bin. Oh mein Gott, das sind gestern gekommen. Ich werde auch zum Aufnehmer weggekommen. Warte. Wo war hier? Vielleicht werde ich hier aufgenommen. Damit werde ich mein Schiff ein, äh, ein... ...holsamieren. Ist da auch noch was? Keine Ahnung. Okay. War okay. Zum Glück hast du es grad gesagt. Vielleicht werden wir hier aufgenommen. Ich hab die Aufnahme nicht gestartet. Scheiße. Ich... Ist das nicht... Ich glaub das ist ein Witz. Ist das auch nicht... Ich hab das sind Witz. Es ist ziemlich ein Witz. Das ist... Das ist... Das... Das doesn't even work. Und wenn es wird, der E gestreamt, also ich könnte es mir im Fall von YouTube ziehen. Ja exakt, deshalb macht das kein Sinn. Äh, hast du die Küste mit KÖSEN? Oh nein, mein OBS ist vor fünf Minuten abgestürzt. Das macht noch weniger Sinn. Und nein, mein PC ist ausgegangen. Oh Gott, nein, Max nicht dein PC. Wo seid ihr? Wir sehen uns in 10 Jahren. Wir werden hier aufgenommen. Nimm mich. Auf. Ich will hier helfen, Max. Mach ihm keine Angebote selber, mach ihm keine Angebote. Kennst Max? Kann ich Kohle mit nehmen, nein, ich hab keine Kohle mit. Wie viel Kohle habt ihr so? Ähm. Warte. 51. 10. 7. Gut, dann bin ich echt bezüglich. Ha, ich hab mehr Kohle als Bagel. Das wird nicht sehr lang bleiben. Ja. Das ist irgendwie keine Rivalität, äh, äh, es ist keine Rivalität, Bagel gegen Cookie, so eine Rivalität, alle gegen Bagel. Oder Bagel gegen alle, oder was? Nein, Hokio und Bagel, die gegeneinander gegen alle. Was? Max, ich glaub, du solltest dir einfach mit Blöcken den Weg bauen. Das ist denk ich einfacher. Wie? Ja. 10 Stunden später. 10 Stunden später... 20 Stunden später. Okay. Okay. Okay, wah 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 K 잠깐만. Guck mal, da ist Hanzos Bruder. ähh.. O-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-ho-go-ho-ho Nint? Nur überall noch an. Ah! Wo ist der Rope? Was passiert? Was büschst du denn? Oh es ist aggressiv Es ist pissig hat nicht geklappt gebracht mit wenn wir tiefer gehen statt höher das denke ich ja das ist nicht mal sein das ist lucille das will ich nicht da ja es ist nicht mal sagen die gibt es müssen wir mitnehmen es ist lucille das ist wie sand noch nicht so gut Das war's ja. Das war's ja. Irgendwann. Es schaut keiner mehr zu. Wir sind zu uninteressant. Ja, war's der Richter. Nein, nicht ich. Das ist es, ja. Ach, komm mal, guys. Guys. Leute. Was? So, erzecheck. Können wir das bei irgendwem einfach einmal zusammenschmeißen? Ja, ihr könnt das einfach bei mir zusammenschmeißen. Ja, schmeißen wir mal bei Bagel-Sachen zusammen, oder? Ja, da, Bagel, steh ich in die Ecke. Da, teck. Ecke doll. Ich will nicht der Comment, aber okay, ich mach mit, weil sonst hätte ich was geworfen. Ja, ne, mein Müll, jedenfalls. Ist noch meine Palette? Ne, das bitte ich. Bagel, ich habe Epilepsie. Ah, äh, Bagel? Ja. Warte, ich habe noch was. Geh noch mal ein Stück zurück. Also, Bagel, was haben wir so? War das gut? Nichts für Seve. Komm, Bagel, das war jetzt, komm, Bagel, das war doch der Moment gerade. Den hättest du ausnutzen können. Hab ich das nicht gerade? Nein. Was denn? Schlecht, einfach schlecht. Was, das hätte ich sagen sollen. Nichts für Hucki? Nein, 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 das... Wer haben wir denn jetzt? Das hätte ich das tun sollen. Sag's doch mal. Sag mal, Bagel, hier. Ja. Ja, okay. So, wir haben 110 Copper, wir haben 82 Eisen, wir haben 58 Silber, 100, äh, 106 Kohle, sechs Knochen. Dann würde ich noch ein kleines bisschen noch holen, ja. Ja, ein bisschen. Oder noch. Äh, ein bisschen Kupfer, meine ich. Die Eisen hat zinkt, das ist so. Sehr wenig. Ich finde das Fieder über uns so cute. Awa. Ja, so Krawaii. Ich finde das Pokémon. Eui, eh. Sieht aus wie Mew, ne? Ähm, nein. Ähm... Ich würde sagen, wir graben uns... Was sagt mir, wir waren hier schon. Ja, ich würde einfach sagen, wir gehen hier einfach runter wieder und graben uns runter. Okay, stimmt. Stimmt, gehen wir nach, gehen wir. Okay. Ey, lass mich nicht allein. Zu dritt, zu dritt. Ja, ist einfach, du. Oh, das Gestern. Das ist jetzt fast, als würden wir wieder alleine buddeln durch Erde. Gold? Nichts, der Gold. Nein. Oh Gott, nein. Nein, Leute, Leute, warte, warte, warte. Hör auf zu graben, Alter. Okay, das... Ja, gut, das geht ja sogar noch. Oh mein Gott, Leute. Hm, schönes Geräusch. Zum Glück höre ich nichts davon. Ist der Wert seiner Sounds stumm geschalten? Nein, wenn jemand anders die, äh, Dingsblöcke abbaut, dann hört man das nicht. Oh, okay, unser Paradies. Get lost, get lost, get lost. Was ist das? Oh, da ist der nächste Glück. Oh, Leute, das ist das. Absolut. Da ist Eisen, da, äh, ich meine Silber. Also. We should dig down to the... ...grounds. Und dann sollten wir in Lava fallen. Und alle Arten sind weg. Ich muss mal eben was craften. Ne, stimmt, wir sind ja Casualad. Wir sind ja Casualad. Okay, dann craftet ihr mal was. Ich sollte mir auch was craften. Ich sterbe da so ein bisschen an Items. Geht's gut, danke. Bitte. Ach gut. Was? Ist links nicht noch irgendwas, oder? Ne, links ist gar nichts. Also. Warte, 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 warte. Warte, 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 warte. Und da. Ja, aber selber noch nicht. Wow. Ah, ich hab ein schlechtes Gefühl, du meinst. Ja, irgendwie. Ach, das ist. Warte, warte, wollen wir uns da außen rumgraben, bitte? Das wäre irgendwie ganz praktisch. Die inoffizielleste Rolltreppe der Welt. Sack. Ähm, warte, nein, bitte. Ach, da. Obwohl das geht nicht. Ah, was? Ich würde mich einfach nicht drum herum kramen. Ich würde einfach so weit einer hier abbauten Block dahinsetzen, dass es nicht nachwurscht. Nein, das dauert doch ewig. Das geht viel schneller. Das ist ein Klick. Was, was sagtest du? Ich hab's auch nicht gesagt. Ich hab's bitte wiederholt doch mal. Bondo. Ich hab dich nicht verstanden, mein Ego war zu laut. Ähm, Moment mal. Ähm, ich bin mal kurz, ähm, beschäftigt. Ähm. Bababab, ups. Oh, oh nein, ich ersticke. Ähm, Max, du bist übrigens fast tot, ne? Ich wollte's nur sagen. Was? Mir geht's gut. Ähm, was kommt da noch? Alles runter, Alter. Ähm, Guys? Ähm, wir haben ne Treppe nach oben. Ja. Ja. Aber ich krieg's nicht. Kann's auch im Stehen das Ding abbauen, ne? Oh, diese, diese eine Fackel. Welche eine Fackel? Ähm, du, umf. Was ist eigentlich oben hier? Ist oben irgendwas? Okay, oben ist nichts. Oben war ich schon. Let's see. Ich glaub, wir haben hier definitiv keinen Knochenmangel. Nur genug Kalzium, was? Ach, Kalzium. Ist auch auf jeden Fall sehr, sehr wichtig, dass man davon genug hat. Ja. Hier, Knochen. Ja. Die wir abbauen und zerstören. Die wir abbauen und zerstören. Ähm. Ist das da unten irgendwas? Nö. Doch, da geht's weiter. Geht weiter. Ach. Oh mein Gott, wet dirt oder wie das heißt. Es sieht aus wie trockene Erde, nicht wie feuchte Erde. Ging schon, aber es macht halt den Geräusch von feuchter Erde. Den Geräusch. Alter. Den Geräusch, Digga. Den Geräusch, Digga. Ich weiß alles. Ich war Gnasium. Äh. Ja, drüben ist ja fast, dass wir töten sollten. Das? Äh. Ich seh einfach nur so Flammen. Ja, bei mir. Monotovs gespielt. Das ist furchtbar. Lüt, 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 lüt. Lüt, 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 lüt. Eins. Halt, Action. Nein. Ja. Ja. Ich hab alles. Ne, ich hab's nicht bekommen. Äh. Ja. Ne, ich hab's nicht bekommen. Äh. Ja. Leute, also wenn ihr die Teile hier nehmt, dann, 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 also, Leute, hier, da, da, hier könnt ihr was craften. Also, also, was ernsthaft craften. Mit diesen Dingern hier. Wo ist die Plattform? Also, ich hab schon darauf geachtet, dass wir noch einen Weg nach oben haben, aber na gut, das geht schon. Ja, was ist das da rechts? Meins, 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 meins. Oh mein Gott, eine Rare Waffe, eine Rare Waffe. Uh. Nur ein Decker. Meins. Decker ist das. Mein Gott, der hat richtig schnelle Feuerrate. Ist das ein zweiter Decker? Ne, das ist immer Spotshot. Ist das nicht eher eine Schlagrate anstatt eine Feuerrate? Ich bin euer Schild. Ich bin euer Schild. Ich hab keine Fackeln mehr. Aber da oben ist. Das ist cool. Kohle. Und, äh. Es sieht wirklich aus wie Reinhard Schild. Nicht halb so groß, aber okay. Und nicht halb so blau. Doch. Doch, blau ist schon, schau, 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 schau. Ja, das ist, naja, das ist mehr weiß. Äh. Ja, das weiß. Also, kriegen wir uns nicht mehr wirklich. Was brauchen wir nicht mehr wirklich? Was brauchen wir nicht? Wie, was brauchen wir nicht? Die, äh, Korkris, äh, Kortinger. Die Korkris, ach ja. Na doch, man kann sie verkaufen für... Und später brauchen sie auch definitiv noch mal. Okay, jetzt hab ich fucking getrafted. Jetzt kann ich... Oh, da ist hier. Eisen, schnapp dir mal das Eisenbagel. Hier rechts. Ja, ja. Oh, äh, zwei. IACHIMA, IACHIMA Im Toki wieder eingegrochen. Was... was wollt ihr hier? Hier ist es. Hier ist es, ich hab mir nur einfach die Pixel geholt. Da sind Sie zur Lü-lü-lü-lü-lü-lü. Da ist Seven, der muss wissen, wo der Loot ist. Links habt ihr... Links war... Mein Gott. Fuck auf, das ist weg. Alex, das ist weg. Nein, wer ist der? Beckel? Beckel? Beckel, Decker. Da ist... Nein, da ist Eisen, nicht Schild. Du hast Gold sogar. Ja. Ja, ja. Hu, 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 hu. Mein Gott, das ist viel Gold. Das ist echt viel Gold. Ich muss die meine. Beckel, Beckel, Decker, Beckel! Beckel, Don't you, Don't you dare. Primal Instincts. Ja, das ist echt... ob links ist übrigens so was ich habe das gesehen okay es ist ein und gegen das ist das das bringt nicht sehr viel aber ihr sucht das weg von daher mein gottes wenn du weg wirst nicht das macht noch weniger sind wenn er hier nicht mehr ist das ist schon alles weg das macht noch ein bägel das ist es schmeißen wir wieder zusammen du findest nicht immer ne ecke die ecke bägel take my shit take all this shit muss das om nom nom face machen gehen wir noch tiefer oder haben wir jetzt 129 kopf 161 eisen 137 reicht nicht das reicht für was sie sind doch vier leute dann gehen wir uns einfach hoch und gucken wir bleiben einfach noch mal ein bisschen hier ich meine wenn wir schon ressourcen finden dann können wir sind ja nicht wirklich gerade wenig du bist enttäuscht ich auch ich bin jetzt mal hier durch oh da sind wir Okay nein. We're over this. Na ja, er musste ja Mackie, Jack, Kree... Nein, nein. Messie, Jack, Kree. Messie, Jack, Kree. Die Messenger, Kree. Aaaaand, der Zweite. Goddammit, Guy. Oh, äh, ah ne, das ist nicht tief. Das war noch ein Tief, keine Sorge. Das ist nicht tief, sag dich, als ich hier stand. Warte. Danke, Sam. Made it, made it, I made it. Nailed it, totally nailed it. Oh mein Gott, absolut nailing. Hey, links ist recht viel. Was hast du gefunden? Das ist auch nicht schlecht. Äh, ich glaube nicht, dass du da runter willst. Wann wieder runter? Ja, deswegen hab ich grad vorsichtig abgebaut. Äh, ne, da, äh, da ist eh nichts. Äh, okay, da hoch. Ha. Oh, ja, natürlich. Ähm. Nächste Block abbauen. Ja. Pfff. Pfff. Ich stimm, ich hoch grad an. Pfff. 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 ich habe nur einbekommen oder wie mache ich das du hast da recht so ein mm upgrade icon oben da kannst du dann wie jedes halt mit unterschiedlichen stats upgraden beinhaltet halt auch das farbmodul und das verknüpfungsmodul beim wasserverlauf das verknüpfungsmodul welchen namen hat es ich weiß was ich jetzt einfach aber okay gut ich habe mir ich verwenden wenn ja das extrem wert wertvoller das ist ja nicht mehr da ich weiß es nicht mehr da brauchst du eigentlich Nicht wichtig, weil dieses, ähm, dieser Treibstoff ist viel besser geeignet. Äh, ja, auf dem Mond gibt's eine neue Überraschung. Nicht wenn du's sagst. Naja, nö, nö, immer noch Überraschung. Die Überraschung ist... Ich hab keine Ahnung, darf man wenigstens gehört. Wo geht der hin? Leute, Leute, wo geht der hin? Achso, der geht da, okay. Ja, wartet doch nicht, dass ich aus dem Zelt rausgehe, damit ihr schlafen könnt, oder? Ja, einfach ab. Worth it, totally worth it. Ja, komm, hier, da, nehmt. Ha! Ach, und mit Bagel schläft, kann ich ein schönes Eisen abkrabbeln. Was? Da, da unten wäre eine Fläche gewesen, Max. Oder, da ist jetzt hier mein... Aber er sagt Bagel. Bagel, wenn's sein muss, töd ich mich selbst mit. Dagegen hätte ich gar nichts, aber wir verlieren keine Items. Doch, Pixel. Du Monster. Ich bin ein Vogel, danke. Ja, das ist genau selber. Äh, äh, ist da unten sicher? Ja, ne? Ja, aber der wird's nicht machen, wird's dir ja im Weg sicher. Ich versteh nicht, wo habt ihr die ganzen Meta-Manivulator-Modulure-Dings her? Hast du den Geschick draus? Ich hab nur einen bekommen. Guck mal. Ähm, soll ich jetzt ergeben, ich hab noch zwei. Äh, ja, dann könnte ich auch auf Flüssigkeit ergeben. Ähm, 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 warte, warte, warte. Es wird noch mal. Ähm, du late. M-M-Upgrade, klick. Ja, ich kann auch Flüssigkeit noch bauen. Oh, oh. Oh, yes. Was ist denn? Oh, was ist denn? mein gott Nein. Du tschuette! Ja. Wer geht schon noch jetzt? Dann geht die nach links, ok? Der ist nicht mehr. Noch rechts? Ja. F**k richtig… Müsst ihr noch irren. Betrieben ist durch. Ach du willst das Eisen haben. Richtig… Nein! Ich hab das jetzt mal gesehen. Du Monster. Warte, warte mal. Du Monster. Da, klick. Wo ist das denn? Ich hab' euch verbaut. Scheiße. Dead. Ein Eisen. Alles meins. Oh, siehst du wie viel Kohle da drüben ist? Los geht's. Äh, ich mach' die unteren. Ich mach' die unteren. Du und die oren. Ach, bei Häkling, ich hab' jetzt schon drei Diamanten. Wir sind, äh, drei Diamanten. Okay, das ist doch nicht so viel Kohle, was soll ich denn mehr aussehen? Wir sind ja bitte hier gekommen. Ach so, hier. Oh, das noch. Ähm, gehen wir jetzt hoch? Ich denke, jetzt haben wir langsam genügend, oder? Also genügend sowieso nicht. Also... Müssen wir das erklären, oder? Wir lassen das einfach ein... Wir lassen das... Wir lassen das... Wir lassen das einfach besser. Insider. Kommt auf unserem TS, dann erklären wir's euch. Nein! Nein! Wie dem redest du, Max? Wie dem redest du? Leider wirklich so. Also, Max, wir können keinen zweiten Ando gebrauchen. Efe! Efe! Ist das... Efe! Der nächste Insider, das macht's nicht passabwege. Hey! Also... Aber ist denn gar nicht da, meine Fresse. Oh, das ist ein großer Lavasee. Moment, lass mich das falsch ausdrücken. That one is huge! That one is... Warte, 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 warte. Das ist genial. Das ist echt genial. Das ist echt genial. Ja, du hast doch nichts angekommt. Na, was hab ich wünschen dem Lust? Oh, hey! Schaut mal, was da unten rechts ist. Was ist da? Äh... Glück, Glück, Glück in... Glück in einer Kapsel. Wer... Wer will sich drauf einlassen? Bis. Ich... Ich hätte gern Zufall aus der Dose. Moment, warte, warte, warte. Magst du jetzt so mitmachen bei Zufall aus der Dose? Töööö... Wir machen Schere, Stein Papier. Schere, Stein Pap... Okay, wir schreiben. I'm ready. 3... 3, 2, 1, 3. Okay, Hoki ist raus. Hoki ist raus, okay. Oh, hoffentlich. Hast du das selber? Ja. 3, 2, 1. Dann aber es später. 3, 2, 1. Nochmal. 3, 2, 1. 3, 2, 1. 3, 2, 1. Ja. Okay, ich mach. Was? Yes, worth it. Hast du bekommen? Gift. Können wir dann bitte davon, wenn das ein Directors Cut bekommt, ein Close-Up vorm Chat bekommen? Ja. Warte, warte. Wenn ich dran denke beim Schnitt, ja. Stein, Stein, Schere. Schere, Schere, Papier, Papier, Schere, Papier. Max, ich hab bestimmt Feuer vom Leben her. Hey, Leute, wir sind ganz unten angekommen. hier ist noch mal viel ich weiß nicht ob ich das in der nähe von hockey und regel daher breche ich mal schnell ein paar blöcke mehr weg so schnell geht das gar nicht doch windows jetzt aktivieren nein nein dann gehen wir aus dem weg ok nein nein ich bin nicht mehr weg tschüss tschüss ja kommt die letzten drei wer kriegt sie er kriegt die letzte drei er kriegt die letzten drei so 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 Ich hätte gern Zufall aus der Dose. Moment, warte, warte, warte. Magst du jetzt noch mitmachen bei Zufall aus der Dose? Wir machen scherisch dein Papier. Scherisch dein Papier? Okay, wir schreiben. I'm ready. Okay, Hockey ist raus. Hockey ist raus, okay. Hoffentlich. Hast du das? Ja. Drei, zwei, eins. Dann aber es später. Drei, zwei, eins. Nochmal. Drei, zwei, eins. Nochmal. Drei, zwei, eins. Ja. Okay, ich mache. Was? Yes, worth it. Hast du bekommen? Gift. Ah. Das war's. Ich habe das.